Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ich bin so gefeucht mit ihm. Vor allem so kommt User auf. Jetzt bringe ich zu euch. Oh verdammt ein Tipp. Wer sind wo? Guck mal auf! Nein, guck mal auf! Ich bin kaputt, gell? Luki hat es glaube ich möglich. Luki hat es glaube ich nicht so weit gemacht, gell? Ja, da ist da so einer vorbei gelaufen. Ich glaube das war der da. Wie sah denn der Pferd da ungefähr aus? So wie der da. Nein, das ist doch schwul. Das sieht man auf der Kamera. So ist besser. Soll ich die Karten mischen? Komm ich dann cool und bist nervös. So ist geil. Mach doch nur das eine Licht an, Luki. Das war ganz cool eigentlich. Oder so. Nein, nur mach das so wie er gesagt hat einfach. Das ist scheiße, mach das andere. Nein, das ist nett. Alter Mann, brauchen wir jetzt 1000 Lichteffekte, oder? Das war gut. Nur das links oben. Ja gut, jetzt die anderen aus. Fantastisch. Sie verantworten mich für die mysteriösen Mordfälle. Unter anderem von Hannes Peter. Ich möchte einmal einen Anwalt sprechen. Ich habe sie eine Hose geklaut. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Weil ich cool bin. Okay. Nee. Nee, ich bin nicht verheiratet. Ich glaube das Mikrofon hat Schäden erlitten. Ich habe einen Mitglied der Entsuchung, kann ich nicht entführen. Ich fordere 5 Menschen. Hilfe. Ich fordere 5 Millionen US-Dollar als Lösegeld und meine Begnadigung. Sonst stirbt der. Dann legen sie das Geld in Kleinschein hier hin. Ja. Fäng her. Äh, was das? Okay. Lass uns doch in Ruhe. Ah, nein. Du gehörst dich wählen. Soll ich noch einmal weg? Ja, also... Ähm, der ist so gut. Gell? Okay. Okay. Ich hab... Äh, okay. Warte. Soll ich anfangen? Ich habe einen Mitglied... Sogokai... Ich habe einen Mitglied der Sogokai... Ich habe einen Mitglied der Sogokai... Entführt und fordere 5 Milliarden US-Dollar und meine Begnadigung als Lösegeld. Bringen Sie das Geld in Kleinscheinen hier hin, sonst stirbt der. Jetzt schieß hinter dich. Und jetzt schieß nochmal auf Georg. Und jetzt nochmal auf Georg einfach, weil es so viel Spaß macht. Vor der 5 Milliarden US-Dollar und meine Begnadigung als Lösegeld. Bringen Sie das Geld in Kleinscheinen hierher, sonst stirbt er, 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 er und er. Weil du Spaß bist. Ja, nein! Was? Deine Mutter! Ah! Ne, das war scheiße. Das war richtig scheiße, Mann! Wenn ihr das erhalten habt, dann habt ihr mir das Geld pünktlich übergeben. Der Soko-KLG-Kommissar liegt dort hinten im Dammklo begraben. Achso, geht's jetzt schon los? Okay, los geht's. Nochmal! Ja, wieso denn? Kann man auch schneiden, oder? Ja, mach einfach. Okay, und nochmal. Ja, geht schon. Kann man schneiden. Ja! 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 Soll ich einfach mal mit reinlaufen? Ja! 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 Ich hab mal durchs Gesicht. Ah! Ich hab mal schon mal die da. Ey! Hä? Du hast schon, du bist jetzt gespielt, Mann. Ja, ich hab' gespielt. Ja, ich hab' gespielt. Du hast ja noch. Ja! Danke, Dama! Der ganz besonderen Sorte. Top! Kein Grund zu nie, Mann. Ja, okay, Felix, jetzt...